Mr. Louis Wayne. Du bist der erste Mensch, der gesehen hat, dass Katzen albert sind und mutig. Wie wir. Katzenmann. Der Katzenmann. Haben Sie etwas gemalt? Gibt's irgendwas zu lachen, Mr. Wayne? Nicht im Keringsten. Du machst die Welt so schön. Denk einfach daran, die Welt ist voller Schönheit. Teile sie mit so vielen Menschen, wie du nur kannst.